Lebensblüten Erinnern Lächeln Verschenken Vielfältiges Leben in einem Baumstamm Also, wie wir letztes Jahr, das ist Silvester, waren wir geocaschen mit meinem Papa, mit meiner Mama und mit meinen Taufparten. Und dann sind wir da so eine kleine Trampel gefahren, durchhoffelt durch und dann ist man so an einem Waldweg angelangt. Dort hat man einfach, in der Nähe war die Autobahn, aber man hat gar nichts gehört. Und auch in dem Wald, das war eine Wahnsinn, weil es war so ein riesiger Baumstamm. Da waren ganz viele kleine Tierchen drinnen und die haben so ein richtig kleines Lager drinnen gehabt und haben sich da auch, ja, das war auch ein richtig schöner Moment. Und wenn man gesehen hat, dass auch die Tiere so nah bei der Autobahn immer nur so schön leben können. Lebensblüten Erinnern Lächeln Verschenken 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 Untertitelung des ZDF, 2020